Menschen, die gelernt haben, wie man sich engagiert, andere mit anstecken oder mit hineinnehmen. Das Miteinander ist, dass wir durch verschiedene Methoden und so weiter auch schon ein Teil war, einen Rahmen zu schaffen, wo man das dann mal ausprobieren kann, wo man quasi ja, einfach schaut, okay, was passiert, muss zu ihm selber sein. Gemeinsam bedeutet auf der einen Seite, dass es immer größer werden wie wir. Menschen zu vermitteln, wie man nachher baut, auch bestehende Gebäude so saniert, adaptiert. Das ist mir ein oder zwei oder drei Schritte zu groß, aber ich würde dennoch gerne etwas tun. Sie wollen nicht nur wir und uns wohl leben, sondern sie wollen das ganze Gärtner aufwerfen und haben quasi aus dem Projekt heraus, die in den Vereinen lebenswertes Markt natürlich zu schaffen. Leute, die mehr verdienen, andere Familien oder Beteiligten unterstützen. Gemeinsame Werte zu haben und einen gemeinsamen Sinn. Ich kann mich auch einfach sozial einbringen, wenn ich sehe, ich habe eine Nachbarin und die ist mit ihren Kindern gerade voll am Studium und ich frage sie, ob ich hier einkaufen oder die Kinder mal wieder nehmen.